Hallo liebe Leute, ich wurde gefragt, nochmal zum Video Chakrenatmung. Chakrenatmung... Habe ich verschiedene Formen der Chakrenatmung und ich werde die jetzt mal durchgehen. Ich wurde gefragt, dass ich nochmal ein Video mache, dann mache ich das jetzt. Es ist gut für die Selbstheilung, für Selbstermächtigung auch, die Energien zu öffnen, dass die Chi und Prana wieder besser fließt. Es ist eine von vielen Modalitäten, die du tun kannst, ich finde sie sehr effektiv. Die erste Chakrenatmung, die ich vielleicht zeigen will, also es gibt wirklich viele aus dem Yoga, viele verschiedene. Ich habe eine selber rausgefunden durch viel Tantra machen, einfach Tantra-Massagen. Ich würde sie allerdings, wenn ich in einer Partnerschaft bin, würde ich sie mit einer fremden Frau oder einer Frau nicht machen, weil dann würde ich die Partnerschaft vielleicht stören. So würde ich das vielleicht beschreiben. Also wenn mir jetzt eine Frau kommt, würde ich sagen, würdest du mit mir Chakrenatmung machen, weiß ich nicht, ob das so gut wäre, wenn ich in einer Beziehung bin. Weil du mit der Person, mit der du eine Beziehung hast, sehr ähnlich bist mit der Energie. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Sache wäre, diese Energie mit jemandem anders auch zu teilen. Da müsste ich ein bisschen mehr reinfühlen. Ich würde es jetzt prinzipiell sagen mal, nein. Also ich würde es, wenn dann, nur mit der Partnerin machen. Die Chakrenatmung geht so, dass du auf der Ebene des Wurzelchakras von der Partnerin zu dir reinatmest und sie macht das Gleiche beim Einatmen von dir zu ihr und beim Ausatmen wieder die Energien zurückgeben. Also so. Und die andere Person auch so. So zurückgeben. Und dadurch verbinden sich die Chakren untereinander und Traumata und Blockaden werden aufgelöst, die vielleicht vorher da waren. Würde ich jetzt, aber wie gesagt, wenn man eine Partnerschaft ist, glaube ich, sollte man es nur mit dem Partner machen. Das ist jetzt mein intuitives Gefühl. Und, ähm, äh, dann, Moment, tut es, glaube ich, hier besser. Okay, so. Ähm, werde danach aufräumen, anfangen, weil morgen fahre ich los. Ähm, okay. Ähm, und das hilft, die Blockaden in der Partnerschaft aufzulösen. Ähm, das Problem, warum ich sage, dass man es nicht mit anderen machen sollte als der Partnerschaft, ähm, weil es dadurch, ähm, eine Beziehung zu einem, zu einer anderen Person öffnet, die die jetzige Beziehung stören könnte. So, ähm, genau. Außer man plant, aus der jetzigen Beziehung rauszugehen. So, also es ist, äh, im Endeffekt, es ist wie, der Grund, warum ich das sage, weil es wie Sex ohne Sex ist. Und diese Form der Intimität, äh, solltest du nicht einfach mit irgendwelchen Leuten haben, ähm, wenn du, ähm, die Partnerschaft für wichtig hältst. So, äh, das ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Okay. Ähm, es gibt natürlich viele andere Formen der Atmung wie Pranayama und so, ähm, darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil die halt schon bekannt sind und die kann man selber nachlesen, Pranayama im Yoga. Was ich allerdings mache manchmal, ist, dass ich eine Art Pranayama mache, die ich alleine einfach nur visualisiere. Und da komme ich zu einer anderen Übung, die ich Chakra-Rotieren nenne, dass du dir vorstellst, jetzt im Wurzelchakra zum Beispiel, dass du einen energetischen Finger in deinem Wurzelchakra hast und dann anfängst, so diesen Energiefinger zu rotieren. Und dadurch öffnet sich im Wurzelchakra deine Blockaden. Und dann gehst du hoch zum nächsten Chakra und rotierst weiter und das machst du so alle Chakren durch. Das kann sehr, sehr kraftvoll sein. Und vorgestern habe ich rausgefunden, oder gestern war das, gestern in der Früh, du kannst auch so entlang, entlang der, das Ei, äh, Ei, Ei, des Augen, Augenballs oder wie man das nennt, auch rotieren und dabei lösen sich auch Energien. Weil das ganze Pranayama, das ganze Prana und Ida und Pingala, die im Wurzelchakra anfangen und hier zum Auge gehen, werden durch dieses Rotieren hier, also du visualisierst, dass du hier entlang gehst quasi mit einem Energiefinger, so um die Augen herum. Dann aktivieren sich diese Ida-Pingala-Energien und lösen viel Schmerz und Trauma auch, können sie lösen. Und ganz auch im Kronenchakra machst du auch das gleiche energetische Finger, der sich hier so rotiert. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Dann gibt es noch den Aura-Reset und das ist, dass du von Tai-Tien, also von den Hauptenergiezentren Sakralchakra, Herzchakra, dass du von dort aus in die Extremitäten atmest und wieder zurück. Das ähnelt schon dann der Nadi-Atmung, wo du zwischen zwei Punkten hin und her atmest, bis sich die Blockade dazwischen löst. Was du machst im Aura-Reset ist, dass du vom Sakralchakra zum Beispiel in die Füße atmest oder andersrum von den Füßen ins Sakralchakra und beim Ausatmen wieder in die Extremitäten, wieder in die Füße zurück, in die Zehen. Und das gleiche kannst du mit den Händen machen, mit den Genitalien, mit den Ohren, mit der Nase, mit dem Kopf, alle Extremitäten. So, also Hände, Füße, immer vom Sakralchakra zu der Extremität und wieder zurück. Und dann, wenn du fertig bist mit dem Sakralchakra und allen Extremitäten, kommst du zum Herzchakra und machst dort das Gleiche. Vom Herzchakra in alle Extremitäten. Im Sakralchakra, wenn du in die Extremität atmest, zum Beispiel in die Hände und wieder zurück, dann stellst du dir vor, dass in die Hände Freude kommt, was das Sakralchakra hat mit Freude zu tun, Freude und Sexualität. Also es kommt Freude und Sexualität in die Hände. Und sobald du alle Extremitäten durch hast beim Sakralchakra, gehst du dann zum Herzchakra und stellst dir vor, vom Herz zum Beispiel zu den Händen oder zu den Füßen oder zu den Ohren oder zur Nase, zu den Genitalien, stellst du dir dann Liebe vor. Atmest Liebe in die Hände und wieder zurück. Atmest Liebe in die Nase und wieder zurück zum Herzchakra. Das ist der Aura Reset. Wenn ich jetzt sagen würde, diese drei Atmungen jetzt von Chakra Partner Atmung, Aura Reset und Nadi Atmung natürlich auch, wenn du es brauchst, also zwischen zwei Punkten hin und er atmet, bis sich die Blockade löst. Und das Chakra rotieren, dann bist du schon ziemlich gut dabei. Also das sind die Chakrenatmungen, die quasi zu mir gekommen sind, die ich benutze. Auch Klopfen oder visuelles Klopfen. Du musst gar nicht physisch klopfen, sondern visuell klopfen. Das hilft auch. Das wären verschiedene Modalitäten, damit Chi Prana in den Fluss kommt und sich Blockaden lösen. Also ich habe, ich habe Chakrenatmung mit Partnern gemacht, äh mit Partnern. Ich habe Chakrenatmung mit Kundinnen gemacht und dabei wurden starke Sachen ausgelöst. Und teilweise in einigen Sessions war das wirklich wie Sex ohne Sex. Also das ist so eine krasse energetische Verbindung. Dass du das Gefühl hast, du schläfst mit der Person, ohne dass du mit ihr schläfst. Ähm, das ist in der Chakrenatmung passiert. Und als Tantra-Masseur und spirituelles Erwachen damals, ich hatte ja auch teilweise keine Beziehung während den Massagen. Ähm, manchmal, also es gab Etappen, wo ich eine Beziehung hatte, dann nicht. Ähm, ich denke, wenn ich nicht erwacht wäre und wüsste genau, was ich mache, würde ich das auch in den Tantra-Massagen nicht machen, wenn ich eine Beziehung habe. Ähm, es kommt, ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie wichtig man, also wie wichtig man die Beziehung betrachtet. Also wenn man, ja, ähm, wenn einem das wichtig ist, naja, dann würde ich das da eher dann nur in der Beziehung machen. Ähm, weil man, man will sich ja eh nicht verbinden mit einer bestimmten Seele und nicht mit allen Seelen da draußen. So, einfach gesagt. So, einfach gesagt. So, so. so, Vielen Dank.